Herzlich Willkommen bei DROBELIN TERRORIS Mit dabei sind... BLADDICK Hiho Tauchen haste vergessen Moin Moin Der Atterboom Hallo, ich bin der Flight Der Bad Boy Hallo Und der Lappen Ich sehe tote Blümchen Ich werde hier runterfallen Ich werde hier runterfallen So, die Keep Map heißt Metropolis Und du werde ich die Runde auch eröffnet Warte noch, muss ich noch rüber Und nicht beendet Er hat gelernt Er hat gelernt Ich kann nicht immer den gleichen Fehler machen Ist ja auch langweilig Oh Ich glaube das kein falscher Fehler ist Die beiden gefährlichsten Sniper Schützen Haben auch eine Sniper in der Hand Das kann nicht gut enden Ja super So und somit ist die Runde schon wieder beendet Tschüss Oh Gott Okay, tschau Wer ist da? WAH Ich will mich irgendwie verstecken Was ist denn hier los überhaupt schon wieder? Ja Und ich weiß wer Traitor ist Wer Flag Klar, wenn man selbst einer ist Weiß man doch wer Teammate ist Lass es Lass es Geh weg Ha Lappo Oh verdammt Chris Chris, lass mich in Ruhe Ich glaube Bad Boy hat gerade gekauft Naja Schau mal das ist Flag Knall dich ab Knall dich ab Knall dich ab Ich weiß genau was ihr mich von hinten jetzt abknallen werdet Also geh weg von mir Seht ihr das bei mir Aua 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 ich wurde angeschossen Ich kenne dich Hilfe Von wo? Von wem? Hast du es gesehen? Ich weiß nicht Ne Von hinten Also vielleicht kann es nicht gewesen sein Ne Ja nicht du von hinten aber Ja 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 dann bleiben wir ja nur noch Da bleibt eigentlich nur Blattic übrig Ich war's nicht Ich bin im Haus Der ist schon Blattic oder Arta? Warst du Blattic oder Arta? Ich war's nicht Womit wurde es denn angeschossen? Ich weiß ja nicht mal von wo Mit was? Denk mal mit ne Schnaiper Schnaiper? Aber Ich hab ne Mac-10 Von daher kann ich nicht gewesen sein Ja 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 toll Du hast gewechselt in der Minute Ja Siehst hier irgendwo bei mir Siehst hier irgendwo wo ich jetzt hier stehe Ist hier irgendwo ne Sniper? Ja meine Güte Arta Weißt du wieviel man sich bewegen kann In der Zeit Die hier geredet wurde? Oh fuck Lapo ist tot Ich hasse Die Leitern hier Der Arta war bei Oh ne Rifle cool Gehst du identifizieren? Obwohl Ne Er ist keinem vorbeigeschossen Oh Ja er ist identifizieren gegangen Chris Ok Chris ist es Ne 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 Ja Arta lebst du noch? Der Arta lebt noch Der ist da im Häuschen Ja Darum sagt er noch nichts mehr Ja als Schnau für mich gilt Der ist da drin Der ist grad undichtbar Ich hab das Ding gehört Bei mir sind noch alle am Leben Wer ist denn jetzt eigentlich tot? Bei mir sind auch noch alle am Leben Wer ist denn jetzt eigentlich tot? Bei mir sind auch noch alle am Leben Boah Boah Was Das waren Atta und Fleik Nicht Chris und Fleik Ja Ja Hab ich mir dann auch gedacht Ich bin beim Leiterhochklettern runtergefallen Und dann hat der Deathringer gehabt Und deswegen Ah Chris Man hätte aber leicht identifiziert Nein Nein Neun Pistole ist eigentlich voll gut Diese ganz normale Pistole braucht nur Pistole dran steht Also nicht IP228 Und das kriegst du echt ganz gut Ich hab doch gesagt du bist bestimmt Trader Ich hab's auch noch vorher Aber Atta hat mal gar kein Gefallen Angefallen So bin ich Kennst mich doch Fies, dreckig und gemein So muss eigentlich das Gold jetzt sein Das tat jetzt weh Ich hab einen Deathwinger gehört Jetzt schon? Jo Hat kein nur der Atta dabei Und dann kommt daraus der liebe Atta Boom Der ist ja noch nicht mal verletzt Richtig Ja Ne Also das zu aktivieren Kennst du nicht das Geräusch Wenn man das aktiviert Ja Das macht einmal BEEP Ja Das macht einmal BEEP Lappen Legacies bei mir Kannst du aber auch selber was haben Geh einfach zur Leiter Geh einfach zur Leiter So wie du's vorhattest Und lass mich in Ruhe Aua der Atta schießt auf mich Der Atta schießt Quatsch Der Atta hat ne Schrott weg Wenn ich weg bin Dann war's der Flaik Ich bin hier durchs Fenster Und steh hier noch Ich hab keine Sniper Ich bin ohne Waffe unterwegs Ich hab nur der M16 Ich wollte den Flaik nur ablenken Dass er mich jetzt endlich mal in Ruhe lässt Und sich von hier verpisst Damit du hier in Ruhe alle wegsnipern kannst Ja genau Weil ich auch snipern kann Und in Ruhe Ich in Ruhe Du bist echt lustig Da ist rechts von dir übrigens noch einer Warum wen schießt du? Aufs Fass Warum hast du sich getroffen? Weil ich es belegt hab Ich sag' ich doch Es ist rollig Da kommt Chris Gold Der hat der M16 oder? Chris schießt mal in die Luft Ich hab mal Shotgun aber Lachkeim Ja Dann wechseln wir uns Chris drück mal Z Drück mal Z Nein Z drücken Bei der M16 Ich hab keine M16 Äh bei der Schrotze Äh ja Das dürft ihr unter euch ausmachen Wow Ne ich hab hier auch keinen Bock Geh doch einfach weiter Ne 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 Lapo Du bleibst da erstmal Du bleibst bis ich in Sicherheit bin Was ist das da? Du bist definitiv in Sicherheit Wer ist das? Ich krieg den Abend nicht rein Wer ist das? Ich Chris Gold Ey Boah Was hat ich getötet? Das Fass Der hat aufs Fass geschossen Ich hab hier nen Fass kaputt gemacht Aber es war hier drüben Ja das killt dann aber nicht den Adder da drüben Ja Dann war's der Chris Der Chris ist bei dir oben Oh jetzt Dead Ringer Dead Ringer in der Röhre Aaaaaaah Witzig Sauber Flike Ok Flike is proven Und ich glaub ich auch Plötzlich taucht in meinem Augenwinkel einfach den Kopf in diese Röhre rauf Oh Oh Ok Lapo ist glaub ich gerade gestorben Gestorben worden Ich glaub da liegt er noch oder? Ist da Blut? Da ist doch einfach was Blut Ey ganz ehrlich Wie oft muss ich dir eigentlich nen Headshot geben Flygen Was war das gerade eben bitte? Was? War das Granate oder war das? Was war das? Das war ne Insti anscheinend Ja wer schmeißt sowas einfach? Ey Leute Ich kenn nur einen der sowas macht Das war ich nicht mal Aber ich bin da nicht immer Ja Hauptsache Hauptsache ich als Dete sag Ich als Dete Ich war Dete und sag Ata schießt auf mich Keinen hat's interessiert Nö Keinen hat's interessiert Ich hab dich aber auch direkt danach mit der Schotze weggemacht Von daher Ich hab's gemerkt Schweine Priester Aber danke für deine Arbeit Ihr habt mir sehr gute Dienste geleistet Weil ich noch keine Sniper gefunden hab Hast du? Achso Ich hab doch gesagt Der Ata schießt auf mich Der Ata schießt auf mich Da hab ich geschossen Weil ich nämlich keine Sniper hatte Jetzt hab ich aber eh ne paar Hier liegen so viele Sniper rum Blödig So viele Aber ich hab Ne ich hab aber auch vorhin gesucht Und gesucht hab keine gefunden Hier hab ich jetzt eine gefunden Wetter warum rennt ihr bei der Leiche Bei der Leiche vorbei Weißt du wer ist Dete diesmal? Der Leiche Hey Boah alter du Bad Boy Bad Boy Ja Bad Boy Lebst du noch? Bad Boy lebt nicht mehr Chris Gold ist weggerannt Ich gehe mal stark davon aus Dass der Chris Gold Nein Alter Äh Lappen Da wo? Bist du runter gefallen? Du liegst ja nicht auf dem Dach Hm Hm Du könntest gerne mit mir reden Kämper Nee ich hab eigentlich nur noch ein besserer Pistol gesucht Und ich hab irgendwo draußen Ich hab irgendwo gesehen Da ist mir noch was rückgegangen Bad Boy beschwer dich nicht Ich war schneller tot als du Nein ich hab dir nur gesagt Ich bin immer so schnell tot Ich durfte noch nicht mal meinen Satz Sprechen Und ja ich bin runter gefallen Ins Loch beim rückwärts laufen Trotteln Einfach ins Loch hinein Da wollte ich dir eigentlich einen Headshot geben Lampros online Verschwindest du von der Wildfläche Was? Lampros online? Ja bin ich Ich spiel auch schon eine ganze Zeit lang mit euch so Echt? Hab ich auch gesehen Man bemerkt dich gar nicht Ich bin schon ein anderer Oberfrau ganz schnell Sagt der der sich unten im Keller versteckt Da hat jemand mega Schiss grad gehabt Da hat grad alles explodiert Hätt jetzt sowieso wieder abgeknallt Dete Flike Lapo ist bei mir Alter Es gibt nur einen Dete Der durch die Gegend fliegt Lass mich doch mal in Ruhe ey Ich wär doch die ganze Zeit Ja Anastrophale Runde für dich Wo ich die ganze Zeit in dieses Skyscraper Map Hoch und runter geflogen bin Sodass auf keinem Stockweg irgendjemand Da drüben auf dem Dach sind zwei Leute Chris Also es sind drei Da fehlen zu viele durcheinander Ja Da fehlt einer Da fehlt einer Was? Wie es fehlt einer Ja Ja Da geht die ganze Zeit so hinter Chris hinterher Ja genau Und du zielst die ganze Zeit auf mich ey Ich hab dich nicht mal am Visier Ja klar Jetzt schmeißt du seine Waffen vom Dach Ist bei euch einer gestorben? Ja Wenn ich jetzt tot umfalle war es Chris Oder Der Lapo Oder der Lapo Der ziehst du auf mich Lapo einmal schießen bitte Einfach am Boden Ich hab gerade in die Luft geschossen Hat es gereicht? Soll ich nochmal in die Luft scheißen? Hast du dich geschossen? Hätte ich gesehen Alter Verarsch mich nicht Ich hab dich ganz in den Visier Ich hab dich ganz in den Visier Und du ballerst mich weg Ja Nein nein der hat geschossen Ich stehe ja neben dem Zweimal hab ich jetzt geschossen Echt Ne Wieso? Boah Ich weiß selber nicht wobei Ich laufen soll Ich hab sowieso Wow 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 nein 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 Kann man so doof sein hier runterfallen Nice Danke Ich hab nur im Visier gehabt aber er ist zu viel hin und her gelaufen Ey fand ich verwundern Es dauert immer so lange bis Mike mal ne Sekunde still steht damit man den auch trifft Ja ich hab dich nicht auf dem Radar gesehen Wenn jetzt noch einer üblich gewesen wäre dann hätte ich mir jetzt drüber lustig gemacht dass der Atta auch da runtergefallen ist Wie geil dass keiner mitkriegt dass während ihr noch drüber redet dass es der Chris sein könnte ich Chris weggeschossen habe Ich wusste was das Schlafrohr ist Wir waren die ganze Zeit so hinter Chris hinterher so penetrant So wie ihr mir auch immer hinterher latscht Ich glaube nicht mehr du hast zu viel Mund verschenkt und Gully Das war ich Und das auch und das auch und das auch Ich bei jedem Schuss ansagen Ich habe keine AWP Ich habe keine AWP Ich habe keine AWP Das muss ich ein weiterer oder Deter sein damit ich eine AWP habe Das muss ich ein weiterer oder Deter sein damit ich eine AWP habe Schieß mal heute nicht Heute nicht Lappen Der Puzzlappen Ich weiß eine huge weg um eine huge aufzunehmen Und jetzt die nächste huge aufheben Da ist der Baldick Geh doch einfach in den Shop 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 Passiert nix Passiert nix Was? Irgendjemand hat auf mein Fass geschossen Ich weiß noch nicht mehr wo ihr seid grad Ich brauche Munizio Also ich habe gerade aus Dings Lappo gekillt weil an der Tür ne Slam lag und er war der einzige der hier war Ach da habe ich auch ne Slam abbekommen der mein Fass explodieren hat lassen Weil ich habe jetzt noch ein bisschen was ich leben ne Aber da Chris lebt so noch Ich habe ja mal durchs Verlappung gerufen Kannst du mal wieder beleben Ich brauche ab Da kuschelt er die ganze Zeit einmal im Hintern rum und schniffeln Aber da lohnt er Ja bledig was bledig was Ich habe mit auf ihn geschossen Ja dann badboy Ja vielleicht ist Twitter Was? Ich habe gerade den Typen getötet Ja es ist ein Traitor ist tot Hallo? Ich habe gerade bledig getötet Gibt es dafür Zeugen? Guck dir den Schuss an Sniper Ich weiß nicht mal wo er liegt Der Data hat es gesehen Chris läst du noch? Ja ich läst noch Badboy Der Sniper hat ihn getötet Chris Ich habe ihn getötet Badboy Ja Badboy antworte nicht mehr Ich bin inno 100% Oh scheiße Alter habe ich mich gerade erschreckt Kein Defi Scheiße Ach Alter hast du gerade den Data ungenietet Ja auch das Reflex Ganz aus gesehen Natürlich ja Ganz aus gesehen Deswegen habe ich auch wiederbelebt Ja 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 vielleicht ist Twitter Hier habe ich doch den Degel geschossen für den Fernkampf Warte Dete warte Komm mal zurück Deine AWP dich ja noch Ich schmeiß jetzt hier meine Granate rein Alter Alter Zweimal Inno Scheiße Wieso ist er einmal in Dete Ach Keine Aus Ruhe bitte Du bist tot Du bist da Ha 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 ja vielleicht was treibst du so warum brauchst du so lange um mich zu killen über die planke da und ich drücke nicht ich denke mir so dankeschön er kommt die treppe hoch ich drück wieder ein header da wird er dann mal wenigstens und war eine überraschung diese treffe hochgekommen was war ich so witzig ich muss ganz ehrlich sagen als der atta den tete auch noch aus versehen umgelegt hat habe ich gedacht der atta wäre es ne das war wirklich reflex kommt rein und es war pow und ich denke nur was macht der typ weil ich wusste ja wer der traitor ist und atta da war vorher noch einer mit uns drin in dem raum ich dachte so boah die dreckschau ne ja ich glaube da hat atta aber nicht mehr dran gedacht und ich hatte die an die tür gepflanzt ja jedes mal wenn lapo so dicht an jemanden einzeln rankuschelt ist er traitor jedes mal bin ich nicht doch das ist deine typische masche ich mach das ich mach das auch wenn ich inno bin das macht er für seine salen volks macht er das immer ich bleib jetzt die gleiche irgendwo stehen ich will schon zum dritten mal jetzt irgendwo runter fragen ob jungs wir gehen heute in die disco da geh ich nicht hin da brennt es vielleicht ja hier stecke ich dir ich mit euch fertig bin dann brenzbar ich hab eine der hüpft denn da hinterm haus hervor der christ gold ich kenne mich nicht so ich vertraue jetzt einfach mal fleik ich gucke noch ich hab dir was hingeschmissen atta flasht doch abkneitz Lappen lebst du noch du bist aber tot Lappen ist tot unser allein unterhalter ist sich chris ist es ach ich wollte gerade abdrücken badboy ich rotz dich um chris ist der andere ich verstehe gar nicht wovon du redest ich hab's gesehen badboy ich weiß gar nicht wovon du redest aua chris kannst du mal irgendwie der ist tot der ist tot oh Entschuldigung dann aua wo bist du ich seh dich nicht ach ich hab' gerade gedrückt ach ich hab' gerade gedrückt ach ich hab' gerade gedrückt ach ich wollte eigentlich nur dich töten und atta wiederbeleben und dann musste badboy natürlich anfangen da rum zu gaunern ja ich hatte ich hatte gerade das fadenkreuz über chris kopf als du abgedrückt hast als der kopf daher platzte sagen wir es mal so wie lange der kopf platzt ja ich bin mal wieder direkt beim spawnen gestorben ja das ist mir aber vorhin auch passiert ja das ist schon das zweite mal bei mir das ist schön der lapo der lapo der lapo lapo hör auf auf mich zu ziehen du bist bestimmt wieder traitor weil du musst auf mich zu ziehen ich bin kein einziges mal auf der map trader gewesen ich bin dieses mal auch kein trader ledig ist gestorben das glaube ich dir erst wenn das bewiesen ist ledig ist runtergefallen aber atta ist es wahrscheinlich wenn das so geht einer von euch dreien dahinten ist traitor ja du nein stimmt doch nicht ich weiß wer traiter ist erzähl nein hinten im hauseck da wo der wasserpool ist da wo der wasserturm ist wer da herkommt ist traitor woher willst du das wissen weil er gerade den data erschossen hat von da hinten aus das kann der winkel gewesen sein vielleicht hat auch du von da oben die 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 ich glaube mich wird geschossen auf jeden fall ich sag doch dass christ das ist wo ist er es können auch zwei leute sein das war definitiv der chris und wieder ich habe das jetzt wie sie gekriegt und ich wusste nicht welcher stammt das war immerhin noch 100 200 mit den wilden jungs und mädels der gm oder die wenn es euch gefallen haben sollte lasten da leichter oder schaffte kommentare oder natürlich abonnieren in der beschreibung findet er die ganzen links haut rein